Sehr gut. Dann sprechen wir jetzt über das Thema Zucker. Also viele verbinden ja auch ungesunde Ernährung mit Zucker. Also jedes Kind weiß, dass Zucker schlecht ist. Aber da gibt es ja auch viele Mythen. Also es gibt jetzt auch ganz viele Menschen, die Angst vor Früchten zum Beispiel haben, weil sie immer sagen, oh Gott, der ungesunde Fruchtzucker. Oder ich esse keine Kohlenhydrate mehr, weil da ist zu viel Zucker drin. Und ich sag mal, welcher Zucker schlecht ist, das ist der isolierte Haushaltszucker. Oder der Zucker, der in Fertignahrung drin ist. Das ist natürlich isolierter Zucker und der lässt das so kommen, dass unser Insulinspiegel ganz hoch ansteigt und dann wieder abfällt. Also das merken wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Schoki oder sowas essen, also nicht dunkle Schokolade, sondern auch helle Schokolade, dass wir dann ganz schnell Energie bekommen. Aber danach sind wir auch umso schneller wieder down und der Körper fällt wieder in so ein Loch. Und deswegen ist es halt wichtig, also nicht jeder Zucker ist schlecht. Der Zucker ist schlecht, der unseren Isolinspiegel so schnell nach oben treibt und dann wieder runterfallen lässt. Aber es gibt natürlich sehr, sehr guten Zucker. Und das ist vor allem der Zucker in Früchten, in komplexen Kohlenhydraten. Den Zucker kann der Körper super verarbeiten, weil der Zucker kommt ja nicht isoliert. Die Fruktose, die jetzt hier in dem Apfel drin ist, die kommt ja nicht isoliert in unserem Körper an und lässt unseren Blutzuckerspiegel ganz hoch ansteigen, sondern kommt ja im Verbund mit Mineralien, Spurenelementen, hier in dieser Pflanzenkonstruktion. Und das kann der Körper natürlich super verarbeiten. Und die Fruktose gibt uns zwar auch Energie, aber auch ist es hier in der komplexen Form, also auch langfristig Energie. Und damit kann unser Körper super umgehen. Also letztendlich, Fruktose in Form von Früchten ist nicht schlecht für den Körper. Natürlich, wenn man den ganzen Tag nur Früchte isst, was wieder sehr, sehr extrem ist, oder ganz viele Bananen, natürlich kann der Körper nicht damit umgehen. Es geht darum, ein gesundes Gleichgewicht zu bekommen. Okay, also es geht nicht darum, genau, das kann der Körper auf jeden Fall super verarbeiten und kann damit auch umgehen. Ja, also in Form von Fruktose im natürlichen Verbund kann der Körper super mit umgehen. Wenn man natürlich wieder Fruktose nimmt, zum Beispiel Agavendicksaft, ist, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, 80 Prozent, ich weiß es nicht genau, aber ungefähr, Fruktose, das ist natürlich nicht gut für den Körper, weil es ist total isoliert und das lässt dem Blutdruckerspiel ganz hoch ansteigen und kann der Körper auch überhaupt nicht gut verarbeiten. Aber in Form mit Vitaminen, Mineralien und mit Ballaststoffen gibt er uns, wie gesagt, kurzfristig Energie, aber auch langfristig. Also schnelle Energie, aber auch lange. Ach ja, und alle Extreme, nur Obst zu essen, ist natürlich ungesund. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, ich esse jetzt 20 Bananen am Morgen, ja gut, das ist natürlich, damit kann der Körper nicht umgehen. Und es ist natürlich nicht gesund, aber es geht um ein gesundes Gleichgewicht und einfach auch die Angst vor, Obst zu nehmen. Wenn ich natürlich eine Fruktoseintoleranz habe, dann muss man natürlich schauen, dass man die Dinge erstmal weglässt und dann erstmal seinen Darm heilt und dann schaut, dass man die Dinge wieder zu sich nimmt. Aber wie wir auch vorher schon gelernt haben im Säurebasenhaushalt, die Dinge sind super basisch und versorgen unseren Körper mit ganz vielen Nährstoffen, mit Basen und mit Mineralien. Und ja, und das ist auf jeden Fall in dem Verbund, ist die Fruktose super gesund. Genau, und dann auch nochmal Zucker sozusagen in Form von Kohlenhydraten. Dann natürlich auch nicht die isolierten Kohlenhydrate wie Pizza und Co. oder Weißmehl, sondern in komplexer Form, wie jetzt hier zum Beispiel die Hulsenfrüchte, die natürlich auch super viele Ballaststoffe unserem Körper geben und wirklich komplex sind. Das sind komplette, ja, das sind ja Naturprodukte. Ist ja nicht schlecht für unseren Körper. Das kann der Körper ja super verarbeiten, gibt uns Energie, wir sind glücklich und haben halt mehr Lebensfreude. Also man merkt ja auch zum Beispiel, wenn man sich mal sehr, sehr proteinreich ernährt hat und kohlenhydratarm, wie dann eigentlich der Gemütszustand ist. Also viele halten das gar nicht aus und es schlägt sich auch aufs Gemüt aus. Also das Gehirn braucht letztendlich Zucker, um zu funktionieren. Aber natürlich, wie gesagt, in gesunder Form und da braucht man keine Angst vor haben. Das kann der Körper super verarbeiten. Ja, also auch in der Form der Zucker ist gesund für uns. Und der ungesunde Zucker, das ist letztendlich der Industriezucker, also Haushaltszucker, der kommt isoliert an und ist hoch verarbeitet und lässt unseren Blutzuckerspiegel ganz stark ansteigen und dann rascht es wieder runter. Und er braucht auch B-Vitamine, um wieder abgebaut zu werden. Also er entzieht unserem Körper sogar Mineralien und wird dann sozusagen verstoffwechselt. Also ist ein absoluter Zucker, ist ein absoluter Nährstoffräuber in Form von isoliertem Zucker. Nicht in Form von dem Zucker. Ja, sehr spannend. Und was ist, wenn man da doch mal irgendwie sich was süßen möchte? Und gibt es da eine gute Alternative? Ich weiß nicht extrem und nicht zu viel, aber wenn ich jetzt... Doch mal schnell Energie brauchst. Ja, genau. Oder auch mal irgendwie meinen Tee süßen möchte oder fürs Backen. Gibt es da so Alternativen? Also ich habe schon mal von Kokosblütenzucker gehört, Zylit und so weiter. Was sagst du dazu? Ja, kann man auch verwenden. Also auf jeden Fall. Aber natürlich auch dann wieder bewusst eingesetzt. Und ich sage mal, mit einer gewissen Art von Zucker kann unser Körper ja auch umgehen. Es geht ja halt wieder da auch ab und zu das zu sich zu nehmen und nicht den ganzen Tag sozusagen. Aber da gibt es auf jeden Fall gesundere Alternativen. Also Zylit und auch Kokosblütenzucker sind die gesündere Alternative zu normalen Haushaltszucker und lassen den Insulinspiegel auch nicht so stark ansteigen wie der Haushaltszucker, den wir halt kennen. Und besser als Agavendicksaft. Auf jeden Fall. Das habe ich gerade schon gesagt. Agavendicksaft ist natürlich die vegane Alternative zu Honig. Aber Agavendicksaft besteht zu einem sehr, sehr hohen Anteil an Fruktose. Und diese isolierte Fruktose können wir sogar noch besser, noch schlechter verstoffwechseln als jetzt den normalen Haushaltszucker. Alles belastet den Körper sehr. Aber ist natürlich die vegane Variante. Da muss man natürlich auch gucken, ja, das muss man natürlich bewusst einsetzen. Also es geht nicht darum, alles wegzulassen, sondern ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Und wenn man natürlich so die gewissen Werte hat und keinen Honig verwenden will und das natürlich dann so die einzige Option ist, die ich nehmen kann, dann kann ich das natürlich verwenden. Agavendicksaft. Aber man braucht nicht denken, dass das jetzt eine gesunde Alternative ist. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen so in unserer Gesellschaft, dass wir jetzt denken, ah ja, Agavendicksaft ist ja total gesund, weil es vegan ist. Aber nur weil es vegan ist, heißt nicht, dass es gesund ist.